Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe ja hier noch den Backe geladen von Mannheim und den fahre ich jetzt nach Kittrich hoch, wie schon erwähnt in der letzten Folge. Ich bin jetzt hier gerade Kittrich von der Bahn gefahren und jetzt fahren wir mal zusammen durch den Ort. Leute, 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 Leute. Ich stehe da noch die Mülle einmal draußen. Alles gut. Danke. Es stehen auch noch die Mülleimer draußen. Danke. Danke. Echt meine Lieblings-Ortsdurchfahrt mittlerweile. Danke. Kittlischer Riedlinsfest. Riedling-Frieslingfest. Bald, ja, Schwede. Ja, noch ein paar Fahrer hier. Der kommt ein ganzer Schwung an. Der kommt ein ganzer Schwung an. Danke. Fahr nicht ans Ding dran. Komm, fahr. Weiter. Dann geht's. Das ist ein ganzer Schwung an. Ah, eine Katastrophe. Ne, eine Katastrophe. Echt eine Katastrophe. So. Oh, das ist ein bisschen kalt, das wird ja okay. So, jetzt muss ich hier noch einen Engpass holen. Komm, Alter. So, jetzt muss ich hier noch einen Engpass holen. So, jetzt muss ich hier noch einmal einen Engpass holen. So, jetzt muss ich hier noch einen Engpass holen. Guck mal, wie immer. Power is here. Na komm. Na komm, bleib stehen. Bleib einfach stehen, das wird es einfachste sein für uns beide. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt den Bike hochkomme. Das Schmierig ist da oben drauf. Und wegen dem fahre ich gerne recht früh hier durch. Okay. Also morgens vor 6 Uhr ist hier nichts los. Naja, alles gut. Das Tor ist auf hier vorne. Und jetzt gehe ich von draußen schnell auf. So, hier geht es gleich links hoch. Hier geht es gleich links hoch. Also, wer das Tor ist. Mal schauen, ob das geht. Mal schauen, ob das geht. Ich weib zwar die... Meine Seite mit Nebelnommen, aber das ist mir relativ egal. Ne, wenn ich nicht. Aber wenn ich später rausfahre, muss ich definitiv das Tor öffnen. Da räume ich alles ab mit meinem Arsch und mit meinem Heck. So, ich mache es nach Haus. Vielleicht die Längssperre rein. Das war das Lichtschrank. Dann fange ich den raus. Mein Baguette stieg hier draußen. Okay, also reinfahren, drehen kann ich mit Sicherheit nicht. Muss aber irgendwie reinfahren oder muss irgendwo drehen. Aber wenn ich hier reinfahren soll. Ich weiß es nicht. So, den Baguette nehme ich mit. Ich glaube, ich fahre hier rein. Hier vorwärts hoch und rückwärts. Oder ist das die 3,50? Ja. Ich glaube, so mache ich das später. Ich nehme die Halbwiss mit. Naja... Das gibt eine Punktlandung, ich habe 4 Stunden 23 Minuten Fahrzeit, da ist unser Hof, also alles richtig gemacht. Dann laden wir den Bargäber ab und fahren den in die Werkstatt rein. So, gucken wir mal, ob wir über die Kuppe dabei kommen, was wir sehen. Und so blau, da stehen ja noch. Das klappt über die Kuppe. So. 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 2 Löffel 2 Löffel Und dann fahre ich mit dem Schiff hoch und fahre ich mit dem bei Rammstein oder nach Rammstein, wo das neue US-Hospital gebaut wird. Da geht er hin. 4. 6. 5. 7. 8. 10. 11. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 13. Bis zum nächsten Mal. 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 Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.